Hallo, hier ist der Martin von Meine Monkeys, das ist die DAX-Handlung für Donnerstag, den 13.07.2023 und unser DAX zeigt sich hier recht souverän, kraftvoll, stolz, prächtig, rankt dann nach oben und wir gucken vielleicht erstmal in den Tagesschart. Wir haben hier jetzt unterm Strich eigentlich jetzt nur die letzten zwei Handelstage hier gut ausgeglichen, den Donnerstag und den Mittwoch, stehen aber hier jetzt schon wieder relativ gut, so dass hier der eine oder andere jetzt auch Allzeithoch-Fantasien schon wieder kriegt und ich könnte mir vorstellen, dass das als Punkdown zu der Donnerstagskerze hier jetzt vielleicht sogar schon erstmal ausreicht, der Donnerstag vielleicht noch ein kleines Hoch drüber setzt und dann aber erstmal runterkommt, denn wir haben die beiden Gaps geschlossen, über die wir immer mal wieder gesprochen haben, die 16.000 ist zu, 16.030 ist zu, die 15.29 ist zu, hier hat ein Teilnehmer eine Frage in die YouTube-Kommentare geschrieben, warum bei mir denn da Gaps sind und bei Ihnen keine Gaps sind. Ich analysiere den sogenannten XDAX, das ist ein offizielles Instrument der Börse Frankfurt, das heißt, das ist ein DAX-Kurs, der zusätzlich um die Handelszeiten erweitert wird, wie die amerikanischen Börsen geöffnet haben, das heißt, der XDAX wird von 8 bis 22 Euro bepreist. Das ist angelehnt an den alten Future-Kursen, früher hat der DAX-Future tatsächlich nur zu den Zeiten gehandelt, wer noch nicht so lange dabei ist, der weiß das vielleicht gar nicht und ich habe damals immer mit dem analysiert und auch mit Linien, die quasi einmal quer durchfliegen, also nicht horizontal oder senkreis, sondern wirklich diagonale Linien, Trendlinien, Brüche, läuft der DAX sowas von geschmeidig, also auch mit diesen Kästchen und so weiter, der läuft so geschmeidig auf so einer Indikation mit diesen Kursen, viel, viel besser finde ich noch, als mit dem originalen 9 bis 17.30 Kurs, den die XDAX-Börse stellt, die dann einfach den amerikanischen Handel mehr oder weniger ignoriert und deswegen nehme ich den Kurs, einfach um den DAX zu analysieren. Ich finde, das funktioniert besser, der läuft technisch, die Muster passen besser, das ist vollständig, mir fehlt nichts und so weiter und so fort. Derjenige, der gefragt hatte, hatte aber die Gaps nicht drin innerhalb der Woche, weil er 24-Stunden-Kurse bei sich hat. Passt wirklich auf, wenn ihr charttechnisch analysiert und tradet, mit was für Kursen ihr analysiert. Das ist natürlich, wenn ich hier im Hoch 20-Punkt-Unterschied habe, bei der Linie, wenn ich so eine Linie nehme und ich setze das hoch, ich gehe mal hier ein bisschen weg, guck mal, bei mir liegt die Linie jetzt hier im Bereich um 16.40. Wenn ich jetzt sage, bei einem anderen Program, einem CFD-Programm beispielsweise, war hier das Hoch einfach mal 20 Punkte höher, dann verändert sich die Linie hier hinten raus, über die Länge gleich mal um 30, 40 Punkte. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt hier aber noch Kerzen rechts und links daneben, weil ihr hier immer noch mehr Kerzen habt, dann streckt sich das alles nach rechts, ja. Das heißt, umso mehr Kerzen ich drin habe, umso weiter muss ich die Linie nach rechts legen und dann kann das vielleicht hier der gleiche Hochpunkt drei Tage später sein und dann müsste ich das hier ansetzen, nur als Beispiel jetzt, und schwuppdiwupp ist meine Linie gleich mal 100, 200 Punkte entfernt. Und deswegen seid ihr sehr, sehr vorsichtig, mit was ihr analysiert, wo ihr analysiert und guckt, dass das auch stimmig ist und auch passt halt, ne. Also gerade durchlaufende Kurser, wenn sie komplett durchlaufen, finde ich das okay. Also wenn sie 24 Stunden stehen, es gibt aber auch viele Broker, die lassen hier und da mal eine halbe Stunde weg, das zersaut euch jeden möglichen Chart. Also da wirklich, 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 wirklich aufpassen, dass ihr da nicht irgendwie dann quasi den Fehler an der falschen Stelle sucht, ne. Also euch wundert, warum die Analysen immer nicht aufgehen und am Ende liegt es ja auch mehr an den Kursen. Also gerade wäre auch bei Geidens so, dass man was mit Lang- und Schwarz hantiert, die dann von 7.30 Uhr bis, ich glaube, 23, 30 Stellen, das könnt ihr vergessen halt, ne. Also da sieht jede Kerze anders aus wie bei mir. Das nimmt halt von den Großen auch keiner, ja. Guckt ja keiner drauf und hier siehst du halt schon deutlich, wie der Markt es immer wieder anspielt, benutzt und bewegt und deswegen achte ich da drauf. Aber jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, wenn wir hergekommen sind. Ich hatte gesagt, für mich noch kein Short, ich würde eher Long suchen. Das würde ich jetzt zum Donnerstag tatsächlich prävidieren, würde jetzt zum Donnerstag tatsächlich keine neuen Long-Positionen mehr öffnen, hätte ich jetzt auch hier im Nachmittag dann nicht mehr. da ich von hier jetzt wirklich schon Rücksetzler auch erwarten würde. Der muss aber nicht kommen, da gibt es keine Garantie für. Sich pauschal jetzt dagegen zu stellen, ist jetzt auch nicht unbedingt richtig. Aber man kann wirklich schon mal ein bisschen gucken. Hier rote Kerzen, wir haben schon eine erste rote Stunde Kerze drin gehabt, die ein bisschen nach unten angedeutet hat. Das heißt, wenn der Dachs jetzt auch anfängt, das zu bedienen, drunter arbeitet und die Kerze tiefer hoch, tiefer tief bringt, dann sollte man hier Rückläufe einplanen. Und das kann von der Ebene, von der Höhe hier durchaus einen Meter zurückgehen. Also so 8,50, 8,30, ich denke, das ist relativ einfach. Aber der kann auch locker hier nochmal bis 700 runter. Das wäre jetzt hier kein Akt. Selbst wenn es ein neuer Impuls werden soll, nach oben raus, und er macht hier Allzeithoch und so weiter, dann sieht man trotzdem häufig, dass der Markt dann entsprechend nochmal so zurückzuckt und dann hochhalten. Also wenn ich mal im Kleinen versuche, zu zeichnen, was wir hier sehen, dann ist das eine Abwärtswelle, Aufwärtswelle, runter, das klassische ABC, die zwei gleich langen Wellen, und dann kommt der neuer Impuls. Und der besteht dann aus vier Wellen. Und dann hat man meistens die erste, ja, irgendwie so, oder so ein bisschen tiefer, zweite, dritte, vierte. So sieht das ja normalerweise aus. Und dann kommt der Markt von hier, kommt er dann wieder, so ein bisschen zurück hier, macht irgendwas zur Seite, und dann geht es wieder zack, 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 so. Das ist das klassische Trendmuster, so sieht es aus, wenn er steigt. Er steigt nicht an einem Faden, er steigt nicht gerade weg durch. Und deswegen könnte ich mir zum Donnerstag vorstellen, dass wir hier langsam eine kleine Drehung kriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vorher nochmal hier oben drüber gucken, aber ich würde wirklich ganz klar im Bereich oberhalb von, ich würde schon echt bei 16.50 Uhr anfangen. Rote Stundenkerzen kann ich mir gut vorstellen, dass sie als Short-Vorlage auch genutzt werden, weil das ist jetzt der Tag, logisch betrachtet, genau andersrum, wie der Donnerstag nach unten war. Das ist jetzt für viele wieder so, so, ah, jetzt kommt die Allzeit hoch, jetzt steigt ja wieder alles. Jetzt wird das Risiko wieder so ein bisschen ausgeklammelt, aber der kann ja nicht fallen. Leute, die hier vielleicht irgendwo long drin sitzen, die hier unten ein bisschen Glück gehabt haben, dass sie nicht ausgestoppt wurden, die sitzen jetzt auch drin und sagen sich, na, warum soll ich das jetzt überhaupt noch realisieren? Kann ich doch halten? Brauche ich doch nicht mitnehmen. Der sieht doch super aus, der rennt da oben raus. Das entsteht jetzt durch diese schöne Bewegung. Da hat ja keinen Rücklauf drin gehabt. Das ist wie der Donnerstag nach unten, jetzt eigentlich bloß nach oben gewesen. Und rein psychologisch betrachtet würde ich deswegen denken, wir hacken hier nochmal einmal drüber, genau wie wir das am Freitag gemacht haben, nur andersrum. Freitag haben wir auch einmal drunter gehackt. Da habe ich genauso argumentiert, bloß eben andersrum. Da haben wir auch gesagt, einmal nochmal drunter. Jetzt haben alle den Short-Trigger gefressen. Einmal drunter, die alle reinkötern und dann umdrehen und zurück. Und das würde ich zum Donnerstag tatsächlich erwarten. Aber ich will eine rote Stundenkerze haben. Und dann gehört auch eine Short abgesichert, Mr. Bloß drüber. Weil geht das nicht auf, was ich mir denke, was macht der DAX dann sonst als nächstes? Dann steigt er hier oben in die 1,20 rein, steigt er in die 200 rein und dann geht er in die 3,40, macht das Gap da oben zu, das hier oben links, macht das auch noch voll und dann ist hier Feierabend. Ballert er wirklich oben raus, macht hier den Abwärtstrend kaputt und rennt hier noch ins Nirvana. Da würde ich nicht Short gegenstehen wollen. Das ist für mich Banane. Warum soll man sich das antun? Ja, und deswegen würde ich persönlich, wenn ich Short suche am Donnerstag im oberen Bereich von 16,50, also hier in dem Bereich, definitiv dann auch ein hohes Absichern. Und dann lasse ich mich lieber einmal ausstoppen mit, keine Ahnung, 30, 40, 50 Punkten, als dass ich bei 3,40 immer noch Short suche. Weil wenn ich hier auszustoppt wäre, bin ich danach offen, wieder Long zu suchen. Irgendwo auf so einer Teilstrecke, keine Ahnung, von 1,20 bis 200 oder irgendwo, wo sich nochmal ein Long-Setup anbietet. Und deswegen würde ich mich nicht gegen grüne Stundenkerzen mit Short gegenstehen. Das würde ich nicht machen. Das widerspricht einfach meiner Grunddenkrat. Das auf der Oberseite. Unterhalb, wie gesagt, das ist 8,50, 8,70. So ein bisschen interessant. Das wäre, denke ich, zum Donnerstag auch erreichbar. Theoretisch, wie gesagt, auch 700. Aber das ist für einen Donnerstag vielleicht zu viel. Das wäre eher so ein Programm über Donnerstag, Freitag. Wenn er mitspielt, dass er sich Donnerstag nochmal bis 8,50 wirft, dann wieder zurück auf 9,59 und dann zum Freitag noch auf die 700 oder 57. Das wäre, glaube ich, stimmig. Das würde passen. Aber wir brauchen eben Rode schon gar nicht. Der muss umdrehen. Der muss eindrehen. Tut er das nicht, dann nicht dagegenstellen. Dann lasst ihn laufen. Oder geht lang mit halt. Aber versteht das jetzt nicht als ihr müsst jetzt hier unbedingt Short rein. So ist es nicht gemeint. Es ist einfach nur ein schönes Niveau. Es ist ein guter Tag. Der hat die Leute richtig angetriggert. Wird in meinen Augen jetzt gut reinpassen, wenn er jetzt genau hier einmal noch drüber boxt. Das gleiche abzieht wie letzte Woche Freitag. Einmal drüber boxt und dann erstmal wieder ein paar gute Meter zurück rote. Ja, dann würde ich hier das Video zumachen. Kann jetzt hier nichts einblenden. Ich habe ein bisschen technische Schwierigkeiten ja momentan mit meinen Geräten. Deswegen fehlte auch das Intro-Video. Aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. Betrifft übrigens auch die Seminar-Mails. Kommen momentan nicht ran. Keine Angst, da ist nichts gefährdet. Es ist einfach bloß mein Computer kaputt gegangen und ich will den nicht einschicken lassen wegen Kundendaten und sowas. Muss mir den erstmal jetzt wieder gangbar kriegen hier bei mir zu Hause und alle Daten sichern, alles runternehmen und dann kann der in der Reparatur und das wird ein, zwei Tage dauern. Deswegen wundert euch nicht, wenn da vielleicht auch die ein oder andere Seminar-Mail unbeantwortet bleibt für die Premium-Dienstleute. Wenn ihr dringende Fragen habt, ich hatte es heute auch schon in den Chat geschrieben, dürft ihr uns auch gerne bei WhatsApp kontaktieren oder Fragen dort stellen. Das ist dann vollkommen okay, wenn ihr keine Antwort auf die E-Mail kriegt und das aber dringend wird. Ja, wir sind trotzdem erreichbar oder ihr fragt im Chat oder wie auch immer. Bloß mit Mails momentan gerade ein bisschen schwierig und ja, gut, Freunde. Ich mache hier aus, wünsche euch Spaß, gutes Klingen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. .